Ich finde, to be fair, waren die Spiele alle schön. Alle interessant zu gucken. Willst du mein Freund sein? Komm, wir tanzen. Teil drin. Dankeschön. So. Er will den Botlin auspushen. Mhm. Ich glaube, wir haben... Ja. So. Was man auch festhalten kann übrigens, ich bin offensichtlich besser als Deeplex. Das wollte ich nur noch mal eben gesagt haben. Natürlich nur Legenden hier in dieser Liste in general. Ich bin auch Top 10. Bei wahrscheinlich mittlerweile neun angetretenen Menschen. Sehr, sehr gut. Schlechter als Sola. Sola ist aber auch eine kranke Maschine. Bis dir ein bisschen immer dran denken. So. Rein ins nächste Match. NNO sagt sich, wir wollen euch keine Orianna mehr geben. Und Anastasia Wanda sagt sich, wir euch auch nicht, ihr dummen Pisser. Und deswegen sind wir jetzt zum mittlerweile vierten Mal Huey. Das macht Serien sowieso gerne. Einen Champion, wenn es Serious spielen. Fühlt sich aber auch nicht schlecht an als Spieler, muss ich sagen. Immer den gleichen Champ zu zocken. Und dann ganz Serious durch. Wenn der klappt. Ist so geil. Eintracht hat für sich entschieden, Renek und Toplin ist geil. Machen wir nochmal. Und auch Mauka hat funktioniert. Kann man auch gar nicht anders sagen. So. Schuster Leute bei den Leisten. Also beide Champs picken bis hierher die Champs, die für sie Value hatten. Man ditcht sogar Wei. Man pickt sogar Wei nicht, um Mauka zu gehen. Ich bin gerade durch das Replay-File von Game 3 durch wegen Allchat. Okay. Da gab es wirklich nichts krasses, bei dem man ein Fass aufmachen müsste. Ich finde, also, was gab es? Ich will es sehen. Um einfach, weißt du, ich möchte gerne, dass es gar nicht vorkommt eigentlich. Ich finde schon selbst XD zu viel. Jetzt bist du mal Tit geschrieben und dann wirst du danach zurückgeschrieben. War funny. Ich mag das nicht. Ich hasse das komplett. Ich finde das schrecklich. Anyway, Freunde, wir haben jetzt, also wir haben hier wieder, der pickt ihr neues, es ist Molder und Gragas haben wir in der Serie, glaube ich, auch noch nicht gesehen gehabt. Oder doch? Nee, ne? Gragas ist ultra-starker Champion. Sehr, sehr nice. Zu weak side of top lane kann man spielen Apeak, also kind of AP, Busa-lastig. Oder halt Full-Tank. Full-Tank-Variante sehe ich sehr viel seltener. Fühlt sich auch noch nicht so stark an. Diese diese AP-Variante ist schon geiler. Ach, Panda-Bear. Ja. Eintracht wieder ein bisschen Scaling-lastiger, würde ich sagen, als im letzten Game noch unterwegs. Also sowohl Syndra als auch Smolder wollen beide halt ihre Nuggets chillen. Und das fand ich persönlich, also die Caitlyn wird gepickt, weil Ash gebannt ist und man trotzdem eine sehr dominante Early-Game-Lane haben möchte und von der quasi aufbauen möchte, okay. Ist auch so ein bisschen PTSD, weil ja Unicorns of Love auch, die haben glaube ich nicht Caitlyn gepickt. Oder haben wir doch? Ne, die haben Asriel gepickt, ne? Asriel Ash? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall bisschen PTSD, weil der Smolder-Pick in diesem Game auch gar nicht funktioniert, weil das Game einfach vorbei war im vierten Game gegen Unicorns und da zielt so ein bisschen auch NNO jetzt drauf ab. Das heißt, krasser Botland-Fokus hier wieder, Caitlyn Varus nach vorne bringen, mit den saufrühen Wäden, die Struktur von Eintracht Spandau einfach damagen und was Eintracht Spandau macht, ist, die picken nochmal Pike und ich bei der Meinung, dass das zu risikoreich ist, hier gibt mir nämlich ziemlich viel Risiko. Die Identität von Smolder ist, chillen Nuggets and shut the fuck up. Und Pike will eigentlich permanent Action machen. Am Ende hat es funktioniert, aber ich war nicht überzeugt von dem Draft. Man sieht, hier sind diesen Invade, den haben wir schon tausendmal gesehen, da gibt es sogar einen Hook, kleinen Trade hier auf Shiganari, der cleansst früh raus, den Lippen muss flashen, das heißt, muss nicht flashen, aber er flasht, um einfach auch ein bisschen HP zu preserven. Witzig, ne? Er versucht einfach, das Spiel zu behalten, damit er seine Landing für sich komplett aufgeben muss und seine Pots raushauen muss von Nothing. Hier fight er man jetzt für einen Blue-Buff, leider misst Sanzara Smite, sonst wäre das sehr gut gelaufen. Direkt von Anfang an, für Eintracht. Und, ähm, ja, das ist genau das, was NNO eigentlich möchte. Das ist genau, was NNO eigentlich möchte. Und jetzt ist Sanzara halt der Leidtragende dafür. Bisher geht es also komplett auf, die Planung. Und das ist so, was NNO besonders gut macht, fand ich. eigentlich immer, wenn ich Games gesehen habe, wo sie so gedraft haben, war es meistens auch gut, auch in der Regular Season schon. Ist auch sehr nasty, gegen sie zu spielen. Big Fan davon. Und es wird, es wird, es ist so lang geil, bis du den ersten Fehler machst, oder bist du halt, wie schon im ersten Game erwähnt, bist du halt in diese Position kommst, wo du, wenn du engaged wirst, einfach auch sofort stirbst. Also wenn die Gegner genug Damage haben, ist diese Caitlyn Rolle, äh, dieses Caitlyn, Caitlyn spielen, sehr riskant und sehr schwer. So, Sanzara bringt sich hier noch in die Position, um unten zu diven. Sieht auch wirklich scheiße aus, muss man sagen. Und das ist schwer zu zocken einfach. Das ist einfach schwer zu zocken. Erster TP kommt, zweiter TP kommt. Ach, das wäre jetzt eine zweite TP. Das hat mich auch so verwirrt. Ich dachte, trollen die komplett, dass sie zwei TPs nutzen. Das dachte ich aber auch fairerweise auch schon Bock. Aber es ist eine TP von Funky. Funky sagt einfach, yo, ich spiele mit TP Botlane. Da hilft mich doch, ihr Wichser, ich bin sowieso wieder da. Sau gibt also sein, also gibt nichts ab, aber, weiß ich, ein Sau investiert seinen Lead in die Botlane, die wird belohnt, kriegt man einen schönen Doublekill. Das ist all good. Aus Eintracht-Sicht, also wenn ich jetzt der Botlaner bin, geht mir schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis, weil ich so ganz, weil ich so richtig crazy powerless bin. Das hier war ganz, also das habe ich komplett überrascht. Das sieht nach einem sehr, sehr einfachen Solo-Kill aus für Vertigo. Scarface stirbt und hat trotzdem Flash investiert, also das war schon richtig krass. Und diese, warte, war es die Situation schon? Ich glaube, ja, nein, nee. Die Situation ist es nicht. Es gibt gleich einen Midgame-Fight, der für mich Game-Winning ist, aus Eintracht-Sicht. Das hier ist erstmal nur hey, wir spielen übrigens immer noch aggressiv, aber da fehlt so ein bisschen die Power natürlich. Mid-Hard-Prior bei NNO und Botlaner auch stärker. Jetzt wird da aggressiv reingespielt. Snowball dann auch in dem Fall eigentlich eher den Gegner, als alles andere. Wenn du halt die Seite contestest, auf der die Gegner stark sind, nachdem oben dein Subtyp Solo-Killt hat, nicht so gut, muss man ehrlich sagen. Ja, Nice-Try hier von Lilip, der jetzt am Ende witzigerweise wieder Zanzare rein halt. Da lohnt sich Aggression also auch wieder einfach überhaupt nicht. Weiterer Kill. Wieder aggressiv in Botlaner reingespielt und wieder Gegner merken Snowball als andere, weil NNO selbst ja nur durch DICE weiterkommen würde, dass die sind nicht schwer zu exekuten, aber die würden durch DICE weiterkommen und dadurch, dass das quasi Eintracht aggressiv spielt, snowboarden sie die Gegner haben. Und es sollte auch so schnell nicht aufhören. Das wäre eigentlich einfach ein geiles Snap von Serien so, kann man schon nicht anders sagen. Der ist wahrscheinlich echt juicy. Mich hat der Damage voll gewundert, weil der Typ, der muss mir überlegen, der hat nur Dorans und diesen Ring und der Damage war trotzdem ausreichend, weil Funky hat ja noch einiges an Leben, oder? Also nicht einiges, aber wie hat der hier denn noch? Das sind 200 Leben. Das ist schon krass, dass zu viel Damage macht. Okay. Gut, dass der Tarino Killingen Gems braucht, so ist es. So, und wenn wir jetzt einfach auf den Goldgrafen gucken, zweieinhalbtausend Gold Vorteile für NNL im Matchballspiel nur Top End is the head. To be fair finde ich Renekton nicht so schlecht hier, weil ich finde Renekton ist Kacke in zu viele Botlanes, aber wenn der Partner, der Botlan Partner eine Caitlyn ist, ist es irgendwie sehr viel einfacher Renekton zu spielen oder generell Bruiser oder Tanks. Tanks vielleicht nicht mehr unbedingt, aber quasi Fighter oder Bruiser, die gegen zwei ADCs spielen müssen, haben eine einfache Zeit, als wenn da jetzt eine fette Leona oder Nautil oder sonst was vorsteht. Anyway, ich glaube, das ist die Situation. Die war ziemlich gameentscheidend. Also hier, Lilp löst sich von Botlan, hat keine Prior, juckt aber auch überhaupt niemanden. Und an der Stelle hier, Tristan, wundervoller Play. Richtig, ist das der, wo die Kills fallen? Safe, oder? Ja. Das ist es. Sansara günstig den ersten, Traded Kills, danach wird Lucky geholt, schön von Lilip, und die anderen werden auch noch warm gehalten, beziehungsweise Lilip kann halt einfach die anderen auch noch auch nochmal C10, und die können sich dann Tristan letzten Kills. Das war für mich der entscheidende Fight, weil in der Situation wird die Botlane von NNO gar nicht in Szene gesetzt. Also die Stärke von der NNO-Botlane ist komplett negiert. Während für Tristan alles gut läuft so und jeder auch einen Kill bekommt. Lilip ist halt früh da hier, schlagt da ein bisschen zu weit vorn, Tristan mit guten Sidesteps, chunkt hier Serien raus und Funky bleibt zu der Seite, zieht so ein bisschen Aggro, wird aber nie so hart gefinished oder so hart gefeitet, dass er stirbt. Das war sehr, sehr nice gemacht. Und Serien committed auch nochmal in den Fight rein, obwohl er eigentlich gehen sollte mit So Will Ich Leben, wo man einfach sagen wollte, Cut Losses. Das war einfach sehr, sehr nice gemacht. Sehr, sehr, sehr gut. Das war wieder weniger gut, sehr guter TP von Scarface. Scarface hat diese Series glaube ich ziemlich gut gespielt, denke Vertigo hat bessere Landings gehabt, kind of, auch nicht immer, aber diese fürs Team spielen, dazu TPen, ist so Scarface Job in dem Team und das macht er eigentlich auch immer sehr, sehr gut. Aber an dem Punkt, gefühlsmäßig, auch wenn du immer noch massiv, also du bist immer noch massiv dahin, du bist immer noch nicht auf der Gewinnerstraße, aber an dem Punkt ist mental, das Wichtigste geschafft als Spieler. Das Wichtigste ist einfach schon dann, du hast dich stabilisiert, du weißt, dein Midlander ist sehr gut dabei, ist gut ahead, dein Top Lander auch, die können das Game so lang, also normalerweise, wenn Top und Mitte ahead sind, können das Game so langsam spielen, so unter slown, dass der AD Carry schon irgendwie wieder rein scaleen wird. Top wird nicht contested, warum eigentlich nicht, ich, 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 manchmal checke ich nicht genau, warum Lillip ist, wo er ist. Das ist der Landstate? Ja, also man sorgt hier für Vision, noch mehr, oder man möchte einfach nicht fighten für die, für die Crux, ja, okay. Jetzt erwerben wir zusammen die Bot-Zeit und wenn mit dem Chicanary hier, könnte man vielleicht sogar noch diven. Aber wir müssen nicht in time, okay. Man kann, der Versuch ist okay, denke ich, man kann auf jeden Fall versuchen, den AD Carry zu diven, aber im Grunde genommen ist es gleich wie beim Harald Swap bei den Goobies, du gehst jetzt zusammen mit Support Jungle wieder runter, nimmst du in der Bot-Zeit wieder ein. Alles Chilly-Milly. Der ging immer nicht so Chilly-Milly für Funky, der muss ja ordentlich drunter leiden. TP hier, also TP-Wort wird gesetzt von Lilith, fucking nice by the way, daran zu denken. Lilith gönnt sich selbst den Kill, finde ich Vertigo zusammengebracht, Mitte Wave ist resettet, oben kann Funky etp'en, man findet also 0 Waves und hat unten einen aggressiven Play von LNO Counter mit einem schönen 1-2-1, sollte eigentlich allen Leuten gefallen, außer Funky selbst. Nice gemacht, man schön gelöst. Kann fangen jetzt überleben. 3 Autodes und ein Q-Spell von Varus, der ist zu dem Zeitpunkt gespiked. Wenn er den Q-Spell flasht, aber auch wirklich nur vielleicht, danach musst du die Ult trotzdem noch sidesteppen. So. Darum entwickelt sich die Harry Situation hier, die auch sehr gut für Eintracht wird, wenn ich richtig erinnere. Da kommt wieder auf Shiganari, der ist Summoner los, Caitlyn auch einfach einen Pushover. War schon gut. Wirken in dem Game die Varus Olds einfach nicht so auf Point auf mich. Varus Olds war zumindest mal so, ist der meist gemisste Skillshot, den es gibt, aber es ist schon vor sieben Jahren oder so. Varus Olds ist auch kein Engage Tool normalerweise. Kein so geiles Engage Tool, als ich mich so formulieren. Was die Varus Tool zum Beispiel hier macht, ist an sich ziemlich nice, reicht hier nicht, aber ist an sich ziemlich nice. Hier kommt die Varus Olds auf Zanzara und die spreadet zwischen den anderen, das heißt, alle müssen kurz Backsteppen, also einmal einen Step Back machen, bevor du mit Fight weiterspielen kannst. Dafür ist die Varus Welt sehr viel besser, als wenn du selbst engagen musst. Hier leidet übrigens NNO sehr hart darunter, dass man jetzt eine Caitlyn einfach hat als Supporter, also die ist steptechnisch voll gut dabei, aber das Game wurde jetzt, ich will nicht sagen chaotisch, aber das Game wurde nicht dominiert von vorn bis hin und jetzt ist eine Caitlyn zum Beispiel, wenn du jetzt die Caitlyn austauschen könntest gegen literally wahrscheinlich fast jeden anderen Supporter, du würdest es tun, weil Caitlyn macht hier nicht mehr viel, die macht noch ein bisschen Damage, die Traps sind vielleicht nervig zu umspielen, aber wirklich, mehr auch wirklich nicht, hier auch wieder ein sehr schöner Catch von Tristan, QE-Spell von Syndra ist eine der most balanced things in the game, und wenn NO hier auf den sehr Drake-lastig wieder tunnelt, muss man fast sagen, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das NNO hier für Drake geht, Position bei Drake aufbaut, und dann Spandau die Spielintelligenz besitzt, da muss man wirklich mal auch nochmal drüber reden, weil es einfach wirklich sehr advanced ist, zu sagen, okay, dann spielen wir halt nicht noch nicht rein, der kleinen Wichser, sondern wir spielen jetzt andere Sachen, und das ist gut, mit der Wave mitnehmen, Minval Tilted Vertigo Top Lane, man kriegt sogar noch ein Catch in der Mitte, ist fucking gut, das ist High Level, was heißt High Level, aber es ist Competitive, nicht Bottom Five, lass mich so formulieren, weil die meisten Teams sagen halt, yo, ihr habt Position bei Drake, ich möchte auch Drake, und dann gibt es einen Fight, der Favorit ist für das Team, was zuerst bei Drake ist, warst du in der Series eher für N oder eins, weder noch, ich hätte beide, ich hätte sowieso einen guten Abend, ist aber keine, ist auch nicht immer eine komische Position, das Einzige, was komisch ist, sind die tausende Menschen, die mich fragen, die entweder mich zu einem Lager zu ordnen, und dann so mit mir sprechen, oder die tausendmal fragen, aber ist schon wert, oder? Also schon, wie fühlst du dich? so, ist nicht so besonders, ich weiß gar nicht, es ist vielleicht nicht vergleichbar, aber es ist halt, hast du im Finale, klar, ja, Krusak, Dankeschön, es ist nicht so special, Leute, das sind Tenkagas übrigens, Sunfire, finde ich nicht so geil, aber ist trotzdem immer noch sehr, sehr stark, gibt nur Besseres, finde ich, und ich finde diesen AP, leicht AP, Bruiser, Kragas eigentlich immer besser, aber, was du auf der Lane tun musst, um gegen Renekon klar zu kommen, wird es gar für es natürlich besser wissen. Sie haben auch gewünscht im NoWayStream, als wir heute gefragt haben, ob es nicht negativ ist, wenn ein Owner nicht so genau weiß, für welche Seite er ist. Ja, jetzt ist der NoWayStream natürlich auch der, der übelste Mainstream, und die können nicht mal, also, da ist Schwarz-Weiß-Denken schon angebracht, ne, die Welt ist, muss einfach sein, und wenn man sich jetzt nicht eine Person sofort zuordnen kann, oder sofort judgen kann, dann hat man damit ein Problem, wenn man nicht ganz so schlau ist. Das wundert mich jetzt nicht. Ich habe auch gestern, es gab Tweets, müsst ihr euch vorstellen, es gab, es gab einen Tweet, finde ich den noch? Will ich den überhaupt zeigen? Ich zeige euch den Tweet. Ein bisschen scrollen auf, oder? Vielleicht den mir noch angezeigt, bestimmt. Hier, das war, das war geil. Das fand ich sehr geil. Das ist doch Brücki 2 im Bock, oder? Was sagen NNO Prime, It's Kani, Tolkien, Loil, 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 Loil dazu? Hashtag NNO win. Und dann ist der auf diesen Stream gegangen, hat einen Screenshot gemacht, und einen roten Kreis um mein Gesicht gemacht. Das ist so geil. Das ist so nice, Mann. Das war so fucking funny. Das gab mehr so Tweets in die Richtung. Da denke ich mir so, was erwarten die Menschen. Was ist jetzt so die Idee dahinter? Sollen sie jetzt sagen, verbrennt die Hexe, oder? Soll ich jetzt beleidigt werden, weil ich nicht nur NNO-Fan bin? oder wie sieht's aus? Wir brauchen es einfach in Lager, beziehungsweise Schubladen zu denken. Es ist ja, ja, es ist, die Leute wollen sich natürlich auch in einem, also in einem Norway Stream zum Beispiel, wollen sich einfach nicht die Zeit nehmen, Menschen, mehr als auf einer so einzige Art und Weise zu sehen, weil das ja auch wieder zu viel Arbeit wäre. Du brauchst das einfach. Das ist Schubladen-Denken schon hilfreich. Oh, wir sollten vielleicht über den Schweid reden, ne? Der war nämlich ziemlich sick. Was ist über die Ausgangssituation? Botlin hat NNO-Push, Toplin Eintracht Spandau. Lillip kriegt hier ein geiles TP-Wort, glaube ich, rein. Die haben wir auch gespottet. Aber TP muss eigentlich auch niemand hier, ne? Das mag ich nicht so sehr, by the way. Also auch hier, Tristan wird wieder besser wissen, was er macht. Er ist obviously 20-mal geiler. Aber ich mag's ungeren, wenn meine Syndra den Fight mit QE engaged, wenn's kein Catch ist, den man 100% nehmen kann. Weil jetzt gerade hat er Cooldown. Und wenn jetzt ein anderer, wenn jetzt Lillip seinen Engage hittet, ist der Fight für NNO so viel einfacher zu spielen. Weil dieser E-Cooldown auf Syndra ist einer der essentiellsten Spells vom ganzen Champion. Der Rest ist eigentlich ziemlich, nicht mal, nicht wack, aber der Rest ist ziemlich egal. Es geht bei Syndra nur um diesen E-Sport über die E-Kombos und den früh raushauen. Kein Fan von. Eintra sieht sich hier mit einem schönen 2-Mann-Stun. Stirbt eigentlich auch wieder hier instant lieben, muss man sagen. Man tradet gegen Gragas, der einfach stirbt, obwohl er Full-Tank ist. Der ist auch keine coole Position jetzt wieder, weil man jetzt wieder nicht in diese Area reinspielen möchte. Und Eintracht macht es wieder richtig übrigens. Das ist einfach sehr cool. Also es freut mich. Ich habe nicht so sehr darauf geachtet gestern. Ich habe ja geguckt wie ein Fan und das jetzt jedes Mal zu sehen, dass sie sagen, ihr habt jetzt eure Drakes und selbst bei einer Drake Soul werden wir jetzt nicht das Game verlieren, nur weil ihr die Drake-Position habt. Das ist übel geil. Das macht mich richtig glücklich. Und dass man einfach nicht das Game runterrennt, nur weil das andere Team halt Position hat. Das ist cool. Man sieht ja, der Global Band hatte großen Einfach auf die Series, Playoffs für LNO, Serien hat er sehr viel Asiat die Season gespielt und ihm per Default ein Match zu nehmen tut schon weh, oder? Ja. Einfach auch, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel Deeplex Asiat spielt. Aber ich würde davon ausgehen, dass es natürlich für Midlaner, also das ist für Serien und für Tristan beide sehr blöd war und vielleicht auch Midlane ein bisschen eingeschränkt hat. Das macht Final Drafts schon sehr insane, wenn du einen S-Tier Midlaner nicht drin hast und dann nur noch sagen wir ein oder zwei hast. Und jetzt ist halt so, jetzt ist Syndra by the way komplett unleashed. Also Syndra ist sehr, ich finde Syndra ist sehr OP in dem Zustand jetzt hier. Schöner Flank von Vertigo, kommt gut rein. Und jetzt kann man einfach immer wieder, jetzt kann man für diese Catches auch schauen, bisschen Damage machen, reicht ja schon aus. Man ultet hier rein und jetzt kann man einfach straight für Nash gehen. Weil AD Carry ist down, Jungle ist gechunked. Jetzt Nash. Das ist sehr schwer zu spielen halt einfach für NNO an der Stelle. Eigentlich auch gar nicht zu spielen. Weil auch hier wieder, was macht Caitlyn? Wisst ihr, was macht Caitlyn jetzt noch? Also du hast einfach deine Karten gespielt, deine Karten haben nicht ausgereicht. Jetzt ist Limited Late Game am Start und jetzt ist dein Champ leider useless. Das ist so ein bisschen der Nachteil an Caitlyn gegenüber Ash und da muss man auch wieder sagen, der Ash-Bahn hat dann einfach sehr viel Value gehabt, aber ich verstehe auch, warum jetzt, warum ADN-Ursitz sagt so, jo, wir wollen trotzdem diese Windcon über Botnain erzeugen. Und deswegen sage ich auch, dieser Fight, dieser eine Fight im Mid-Game, im Early-Mid-Game, wo Eintracht einmal komplett alle abholt, der ist wahrscheinlich der gameentscheidende Fight. Meiner Meinung nach. Weil jetzt rennst du dem ganz schön hinterher, dass du dein Lied weggeworfen hast. Wollen wir mal schön, keiner sie zu sehen. Das ist ja dann so präsent und in jedem Match zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir in jedem Match zu sehen... Wir haben fünfmal Wei gesehen. Wir haben letzte Woche fünfmal Aurelion Sol und fünfmal Thalia und fünfmal Jinx gesehen. In der Series hier haben wir, weiß ich nicht, auch fast... Hat Shigenari mit dem anderen als war ausgespielt eigentlich? Kalista, ne? Ja. Viermal Wei? Viermal nur? Ist denn nicht ein Nautilus oder eine Leona auch gemeldet gegen Pyke und dann später auch noch Worth? Ja, aber die... Also, die Caitlin wurde blind picked. Die... Das Szenario-Botland, der Caitlin-Pick kam, als man nur Smolder gesehen hat, glaube ich. Ach ja, Karma, ihr habt recht. Und in der Position ist, denke ich, Caitlin komplett die Fein. Kann man schon machen. Man kann alles verargumentieren. Ich würde es nicht machen. Ich würde es in meinem Team auch nicht wollen. Aber man kann komplett verargumentieren, warum Caitlin gepickt worden ist. Dann darfst du halt nur keine Scheiße machen. So. Eldrack swings ab. Kleine Exchange ist hier. Ist dazu gekommen überhaupt, warum ist das passiert? Man konnte es ja einfach wischen hier, ne? Also Eintracht möchte gerne früh wischen und verteidigen. Dann gibt es hier kleine Plays, kleine Engagements, kleine Pokys, Quick Pokys. Unten wird versucht, auf der Schiganari drauf zu gehen sogar. Der wehrt sich erst mit Ult, dann mit Flash. Funky wird Engaged, kann aber rauskommen. und dann kommt's. Eintracht Spandau mit ihrem Leben noch ganz, ganz kurz weg. Und jetzt muss Tristan Schrage wie immer eigentlich Carrying. Was ich da... Kriecht jetzt NNO nicht so Endrake? Ja, ne? Damit NNO kriegt den Drake und slumpt dann wieder einen Fight. Was so? Ne, es sieht nicht hart aus. Lilip stirbt unten. Ne, ne, ist nicht so. Lilip stirbt unten, NNO kommt in ihrem Leben raus. Gut für sie, gut für sie. Ach, jetzt wird geendet einfach, ne? Ja, 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 ja. Und wenn jetzt die Recall ist gestoppt und meanwhile geht halt einfach Tristan durch. Nice gemacht. An der Punkt, an der Position auch noch, obwohl der QE gemisst wurde by the way, reicht der Damage über Ult und ich glaube WQ, was ja wirklich nicht schwer zu treffen ist an dem Punkt. Hast du überhaupt WQ? Er hat nicht mal gerade wieder gedrückt, oder? Ich hasse es in Ra. Ist das überhaupt ein Play? Ult Q Autotech war es, ja. Ja, solid gespielt, hat ja auch schon drei Items, gar kein Problem. Und damit geht es rein ins Game 5 und Momentum ist